Hm, hier können wir wahrscheinlich nicht rüberspringen. Schade. Ah, keine Abkürzung. So. Welcome back to Suran. Im Freudenhaus waren wir schon, ne? Ich glaube, da hatten wir bereits eine Queste für die Kriegergilde erledigt. Sonst wäre ich da nochmal kurz reingegangen. Nur aus geschäftlichen Gründen, natürlich. So. Back to VVAC. Yeah. Und dann. Wir bieten euch einen besonderen Ausdruck zum gleichen niedrigen Preis. Hm, so viel Lauferei. Aber das Boot wartet ja bereits direkt hinterm Eingang. Und dann haben wir auch schon den ersten Schritt getan in Richtung unermesslicher Macht auf Wadenfell. Die würde uns dann korrumpieren. Dann werden wir Dargoth nur besiegen und selber böser Herrscher werden. Wie man das halt so macht. Ein Auge auf euch. Abschaum. Abschaum. So gemein. Wißt du, wenn die so weitermachen, passiert das wirklich, dass wir dann immer wütender werden. Immer, weil wir abge... Abge... Mann. Haus Curio. Wollen wir mal hier... Wünscht ihr etwas? ...zu unserem einzigen Freund. Äh, hier, ne? Ja. Ja. Hallo. Es freut mich, euch wiederzusehen, Tork. Ja, mich eher weniger. Dann mal los. Mhhh... Lalo Hortator. Sind sich alle Ratsherren einig? Wunderbar. Das freut mich wirklich für euch. Was für eine Ehre. Aber nicht mehr, als ihr verdient. Und jetzt habe ich eine kleine Aufmerksamkeit für euch. Es ist ein Gürtel, der dem Hortator von Haus Lalo übergeben wird. Bindet ihn nur fest um diese liebliche kleine Taille. Ähm, ja. Ja, ich weiß, ihr habt wichtige Dinge zu erledigen, aber fühlt euch nur wie daheim. Vergesst den armen, einsamen Onkel Krasius nicht. Euren treuen Bewunderer. Ja. Danke für den Gürtel. Ich muss dann auch mal gehen. Ich mach die Tür mal hinter mir. Ich mach die Tür mal hinter mir zu. Ähm. Aaaaaah. Endlich weg von ihm, ey. Gut, wir haben den Lalo-Gürtel, den Hortator-Wor-Wor-Wor-Gürtel, der bei uns aber nicht viel bringt, weil wir ja kein Magier sind. Schade. Wünscht ihr etwas? Ich hab mir jetzt was Cooleres überlegt, äh, beziehungsweise erwartet. Jo, das heißt, wir sind Hortator von Haus Lalo. Jetzt müssen wir nur noch von Haus Redoran und Haus Telwani ernannt werden. Dann machen wir doch einfach mal weiter mit dem, was am nächsten liegt. Und zwar Haus Redoran. Dafür müssen wir nach Aldrun zurück in die unwirtliche Wüste. Und dann weiß ich nicht. Dann müssen wir mal gucken, wen wir da als Ansprechpartner nehmen müssen. Auf jeden Fall sollten wir keine Zeit verlieren und das sofort in Angriff nehmen. Und richtig rum runter gehen, damit wir nicht wieder... Wenn ihr hier Ärger macht, dann werdet ihr mehr bekommen, als euch verliebt. Hopps, hopps, hopps. Wir dürfen nach Sprechen reisen. Fremdet Viertel. Können wir nicht einfach... Weißt du was? Leck mich doch. Ich schwimme jetzt. Das ist spannender als Laufen. Hoffentlich kommen wir jetzt hier hoch. Na? Na? Ja, kommen wir. Gut. Merke. Abkürzung. Ähm, dann mal wieder Schlick schreitern. Ich wundere mich, dass wir nicht... Auf der einen Seite ein bisschen, dass unsere Wirbelsäule noch gerade ist. Dass wir nicht irgendwie rechts so ein bisschen... Dass uns das nicht nach unten biegt. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug. Zum gleichen... Ich werde dann irgendwann total buckelig hier durch die Gegend laufen. Wegen der riesigen Shooterplatte. Na, auf jeden Fall sind wir in Aldrun. Das ist wunderbar. Der Typ ist aus dem Add-on. Welche Art Hilfe bin ich? Was wir natürlich auch noch spielen werden. Keine Sorge. Beide spielen wir noch, wenn wir durch sind mit dem Hauptspiel. Blood Moon und Tribunal. Was war denn das? Wobei ich bei Blood Moon immer irgendwann versagt habe. Weil es da so eine blöde... Blöde Quest gibt, wo es auf Zeit ankommt. Das habe ich nie hingekriegt. Ähm, auf jeden Fall... Gucken wir mal... Gehen wir mal in den Riesenpilz hinein. Und gucken wir mal, wen wir ansprechen müssen. Wem muss ich hier einblasen, damit ich Autator werde? Äh... Entschuldigung. Wahrscheinlich... Hier irgendwen. Redoranscher Rat. Das klingt doch schon mal gut. Hey, kannst du mir da helfen? Mit euch soll ich sprechen? Ähm... Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich es bereuen werde. Redoran... Redoran-Ratsherren. Die Redoran-Ratsherren zählen zu den distinguiertesten und ehrenwertesten Dunmann in Morbid. Hier. Vielleicht wollt ihr euch eine aktuelle Ausgabe von Das Rote Buch von Haus Redoran anschauen. Es führt die derzeitigen Lalu-Ratsherren und ihre jeweilige Residenz auf. Das ist schon mal gut. Kann ich so noch was sagen? Nee. Dann gucken wir uns das Rote Buch doch einfach mal an. Das ist diesmal auch wirklich rot. Nicht wie das gelbe Buch, das gar nicht gelb ist. Ähm... Ratsherrenshaus, blablabla. Ratsvorsitzender Fürst Bolvin Venem auf Ernennung der Gnedigen. Blablabla. Fürst des Redoranischen Ratsherren und Wadenfeld, Provinz Morrowind. Fürst Altruhen aus Bolvin. Fürst Altruhen aus Bolvin. Euer Ernst? Naja. Großfürst Mina Aruba auf Ernennung der Gnedigen. Blablabla. Wadenfeld, Distript Fürst von Nord, Gash aus Aruba. Altruhen, Wadenfeld, Distript... Ja, die sind doch alle hier. Das ist doch gut. Ha. Da steckt irgendwas fest. Naja. Spaß beiseite. Ähm, gucken wir mal erstmal hier... ...im... ...Ratsherren... ...in der Ratsherrenhalle. Was denn jetzt schon wieder? Ach Quatsch, machen wir nicht. Hier ist immer so eine Sucherei, weil hier so viele Abzweigungen sind. Ähm, wir gucken erstmal sonst so in der Ratshalle oder wie das auch immer heißt. Hier. Woher soll ich wissen, dass ihr nichts schlechter zu tun habt? Und wieso sind die Türen jetzt eigentlich so weit auseinander? Achtet mal drauf. Die Türen hier, das sind die drei Eingangstüren. Die sind super weit auseinander und riesengroß. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, dann sehen die so aus. Ist total logisch. Egal. Äh, können wir hier... Ne, hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir erstmal... ...hier. Hier wohnt doch bestimmt ein Ratsherr, oder? Haus Letri. Ja. Da wohnt wahrscheinlich Ratsherr Letri. Du bist nicht Ratsherr Letri. Ähm. Ratsherr Letri ist wahrscheinlich hier irgendwo. Mann, die haben es aber auch opulent hier. Das ist wirklich ein sehr großer Pilz. Privatquartiere. Ah. Hallo. Was denn jetzt schon wieder? Ähm. Folgendes. Redoran Hortator. Der Hortator ist ein Kriegsherr, der von den Ratsherren der Fürstenhäuser erwählt wird. Warum fragt ihr? Eigene Geschichte erzählen. Das ist vollkommen absurd. Wenn ihr mal ein Freund werdet oder jemand Wichtiges, dann würde ich euren Unsinn vielleicht anhören. Aber Beryl Sala sagt, dass ihr bloß ein Spion des Kaiservölksts seid und täuscht habt. Beryl Sala. Was wünscht ihr denn? Beryl Sala. Muss ich also erst überzeugen mit meinen ganz eigenen Mitteln und Wegen, dass ich kein Spion des Kaiserreichs bin. Beryl Sala. Wo finde ich denn Beryl Sala? Ihr sucht nach einer Taverne. Nun, da kann ich euch befreien. Nicht so schnippisch, Fräulein. Beryl Sala. Muss ja auch hier irgendwo wohnen, ne? Ihr seid sicherlich auf der Suche nach einer Taverne. Doch, ich bin sicher, dass ich euch dabei nicht... Geh mal aus dem Weg. Na ja, geh mal hier rein. Ist doch egal. Haus Sareti. Er war eben noch hier. Hallo. Als Gegenleistung für meine Unterstützung werde ich euch hier darum einen Gefallen bitten. Rettet meinen Sohn, Varvur Sareti aus Haus Venem. Alles klar. Äh, es wird im Haus Venem festgehalten. Dem ersten Haus rechts, wenn ihr nach Scar kommt. Ah ja, Scar heißt dieser Riesenpilz. Warum auch immer. Ich habe gehört, dass sich Bolvin Venem im rechten Flügel befindet. Ihr müsst euch vorsehen, Bolvin Venem nicht zu töten. Sonst werden sich die anderen Ratsherren gegen euch wenden. Okay. Ihr seid sicherlich auf der Suche nach einer Taverne. Ich glaube, dafür werden wir wieder... Ich bin sicher, dass ich euch dabei nicht helfe. Äh, Ondusis Schlüssel benötigen. Hab ich so ein Gefühl. Was? Ich denke, wir müssen Türen öffnen. Das heißt, ich fliege mal an dir vorbei, Freundchen. Das heißt, wir gucken uns mal ein bisschen um. Ob wir nicht hier vielleicht so einen Magiehändler finden. Da hinten zum Beispiel. Oder ist es nur ein Alchemist? Ich weiß nicht. Mal gucken. Verzauberungen. Klingt doch gut, oder? Ich weiß nicht, ob das gut klingt. Nee, das klingt schlecht. Er hat bestimmt nur Waffen. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Das ist ja geil. Irgendwas mit Schlüssel. Komm. Schloss 20 bis 80 Punkte. Ja, nehmen wir mit. Hier gleich alle drei. Komm. Hast du noch irgendwas Schlüsselmäßiges? Und du siehst Schlüssel vielleicht? Hm. Hat er. Super. Nehmen wir natürlich auch mit. Wir haben ja das Geld. Was wollen wir hier jetzt? Gott, brüll nicht so. Gut. Dann haben wir das. Ähm. Ja, dann bleiben wir doch gleich hier. Riesenpilz. Und besuchen mal das Haus Wienim. Schauen mal. Wo der fiese, fiese Ratsherr Ja, den Sohn des anderen Gefangenheld. Das sind Zustände hier, ey. Haus Wienim. Dann gucken wir mal. Gut, dass wir fix sind. Rechter Flügel. Hier müsste irgendwo... Ah, ich glaube hier war das. Ja, genau. Hat er hier einfach mal, ne? Hat er hier mal einfach eine Tür versteckt. Gut. Speichere ich mal. Und dann probieren wir mal. Und du siehst Schlüssel. Verdammt. Äh, Entschuldigung. Da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Es tut mir leid. Äh, da muss ich mal kurz gucken. Ich wollte eigentlich schnell laden. Ähm, und dann habe ich die Aufnahme abgebrochen. Das ist nicht so clever. Schnell laden habe ich auf F10 gelegt. So war es, genau. Dann laden wir mal nochmal neu. Und versuchen das Ganze mal im Schleichmodus. Sind wir jetzt? Ich will... Ach! Klar, ich muss ja erstmal. Klar. So, im Schleichmodus. Magier aufmachen. Schleichen wir mal gefix hier rein. Und gleich müssen wir rennen. nach einer Taverne. F5. Nun, ich bin sicher, dass ich euch weiter nicht helfen kann. Als Maul. Hat mein Vater euch geschickt? Seid ihr gekommen, um euch zu retten? Sollen wir zum Haus Sareti gemeinsam reisen? Ja, das sollen wir. Und zwar ganz schnell. Komm. Los. Lauf. 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 Sprecht. Oh Gott. Wo wollt ihr hin? Lauf. Los, nicht zurückgucken. Ach, geschafft. Das ging doch ganz gut. Nicht wahr, war, wurr? Nicht wahr, wurr? Gut, klasse. Damit hätten wir gleich den ersten Ratsherren überzeugt. Das ging angenehm fix. Hier hat sich für eine Wache verpackt. Das heißt, wir kommen hier wieder nicht vorbei. Das kotzt mich so an, ne? Oh, kotzt mich das an. Lass mich vorbei, du blöde Kack. Du Wache. Mach mich nicht fertig. Mach mich nicht fertig. Mach mich nicht fertig. Hörst du? Mach mich nicht fertig. Zerschwinde. Geht doch. Man muss nur richtig mit denen reden. Äh, hier war das? Nein, das war Haus Letri. Das war das Falsche. Mann, die haben hier einfach zu enge Brücken. Äh, dann gehen wir mal hier rein. Das ist auch das Richtige. Super. Und du zieh dir mal was an. So, Kumpel. Ich hab da was für dich. Deinen Sohn. Ja, mein Sohn. Er wird im Haus wenig... Hallo? Was denn jetzt schon wieder? Hallo? Wir sind doch da. Ich danke euch. Ah. Ja, mein Sohn war Vosareti. Ihr habt ihn zurückgebracht und ich stehe in eurer Schuld. Ihr habt meinen Sohn gerettet und ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Das ist super. Bin ich jetzt Hortator für euch? Ihr habt meinen Sohn gerettet. Du wiederholst dich. Worte reichen nicht aus, um meine Dankbarkeit auszudrücken. Daher ernenne ich euch zum Hortator vom Haus Redoran. Und ich spreche euch, dass ihr bei den anderen Ratsherren von Haus Redoran meinen An... Dass ich bei den anderen Ratsherren von Haus Redoran meinen Einfluss spielen lassen werde. Leider gibt es ein kleines Hindernis. Bolvin Venem wird nie und nimmer einen Fremdländer zum Hortator ernennen. Und wenn ihr ansonsten die volle Unterstützung des Rates habt, erklärt er sich vielleicht zu einem ehrenvollen Duell bereit. Das heißt, wir müssen schon wieder einen Ratsherren umbringen. Das heißt, wir müssen schon wieder einen Ratsherren umbringen.